hat wer hat die bombe sollen wir noch mal b versuchen ja ich hätte sie wir wollen noch mal weh immer noch mal weh haben wir jetzt mal nur ein deal gegönnt ich hab mir die geil leiten also schon die geil leiten wow einer ist ja und einer ist auch im b wasch mal b ne mit ner deagle rushen leut zwei hunden durch der kinden einer tot auch von hinten von sporen aus uns abpackt ja scheiße auch geklärt ich hab mir aber neunundsiebzig eigentlich angetauscht er hat mir bloß hinten sofort ein headshot gegeben ja gut dann müssen wir jetzt wohl a ja jetzt muss man ja und ich muss eigentlich eco machen ja ich auch aber jetzt ist es schon zu spät weil ich schon dicks gekauft hab halt ne ich gönn mir jetzt einfach mal ich hab zwar noch 200 aber dafür bin ich recht gut equippt ich hab neul übrigens eh übrigens hab ich bombe pass auf dat das ist ne kille da boah alter einer ist mir so hoch wir kommen mal lang Achtung zwei ja da ist er auch boah nein über mitte schon wieder ich werde von dem Axt-Nice immer von wo getötet wo ich nicht hinguck Junge ich bin so schlecht ne einer ist akut ich spiel so ach der andere auf A ist auch tot okay eins gegen drei komm schon mal dann zeig wieder dein skill eben das sollte gehen aber das problem ist ja was zur bombe ja ich leg es aber ich weiß nicht ab und die legt und die habe ich scheiße gedroppt ja war jetzt nicht so OP zu sprayen verzieht die nach oben oder warum hat er gesprayt hey die hat so voll nach unten mit mir gesprayt voll nach unten ich hab bombe sollen wir noch mal B gehen oder noch mal A versuchen gehen wir noch mal B oder wohl wir sollen echt trainieren das einzige was wir noch mal A probieren könnten wäre A kurz schnell ja ich glaub mit dem ist ein Russ im Wege ja ich da ist einer bei der okay yo seid ihr da bei W? seid ihr drin? Lass mich durch lass mich durch plantet Piki AWP oh da oben im Loch ist einer ich im Loch was ist im Loch? hab geplantet ja scheiße bedauern 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 na das ist behindert es waren schon wieder drei übrig wirst mich verarschen oh ruf mich denn jetzt an wir kriegen aber wir haben wenigstens geplantet es bringt noch mal ein bisschen Geld ja natürlich durchaus warte ich hab jetzt die Bombe ja das A gehen und zwar lang und zwar richtig hart durchwaschen ok ja weiß nicht ob sie damit recht haben oder wahrscheinlich jetzt schon weil wir oft hinten noch nichts verloren haben aber ja ja die werden halt wahrscheinlich eine Aare da platzieren da ist einer oh fass nein nein ich bleib aber auch mitten im Eingang stehen das ist natürlich sehr schlau alle sind tot fast ja läuft das hat fast funktioniert wenn halt einer wieso spät der so wenn halt einer ein bisschen den Eingang blockt zum Beispiel oder so ist das halt hart im Arsch die Taktik hart für den Arsch ja eigentlich kann man schon wieder ein Eko machen ja wo gehen wir ja ich verzichte einfach mal gehen wir kurz war jetzt ok ja das ist das einzige was wir noch nicht ausprobiert haben irgendwie können wir jetzt gerade nur hoffen und versuchen ich bin da und es steht einer mit der ABP da naja hat wenn äh Rauchgranate wärst du ich bin ah ah ne ich bin tot hab ein Headshot bekommen ja ist das behindert nein immer ist ein Handy verpasst von anderen hat er ist so krank so schlecht spielen die nicht ne die sind deutlich besser als die bisherigen Gegner mich wundert es bloß warum sie in der ersten Runde teilweise nicht so gut waren hm so random muss irgendwie ganz alleine machen alles naja irgendwie schon aber sprayt halt nur boah der war nice aber aber der war nicht schlecht so das war ok schade halbauto hm ok gut äh gönnt sich richtig scheiße ey wollen wir mal alle B und dann den Gang da runter rushen weißt du zu 5 weißt du was ich mein wir könnens versuchen äh können wir machen aber der random geht schon äh Mitte ja aber mir fällt nämlich wirklich nichts anderes ein was wir machen können außer so ne scheiße ich deck grad hinten da kommt ah ne der kommt erstmal nicht und hat ich treff gar nichts mehr hat Bombe hat keine Secure ne unten ist einer der hat auf um die 40 ich habe die Bombe ja er hat mir schon wieder ein Handy verpasst das wird schwer ja irgendwie also er kamen von unserer Base glaube ich aus Ja, Karma. Könnt ihr kurz lassen? Ich will die hören eigentlich. Aber... Ich will noch weg springen. Nettes... Also nett hat's ausgesehen, bloß gebracht hat's nicht viel. Ein bitteres Timing. Nein. Lass uns noch mal machen mit dem Beed umwaschen. Dann wird da sowieso nix mehr sonst. Ja, jetzt ist schon unser Random wieder angeschlagen. Und jetzt ist er tot. Vorsicht, da ist Monotov. Ja, ohne Wett... Oh fuck! Bleiben leider sogar. Bleiben leider sogar. Ist er wirklich? Ist B frei? Ja, theoretisch. Nice, gut. Dann erblend dich schnell B. Dann könnten wir vielleicht die Runde sogar schaffen. Schau Cutters. Äh, oben rum. Die gehen oben. Einer Mitte und einer oben. Einer Mitte und einer oben. Nein. Und einer ist Cutters. Bewege dich, bewege dich. Und einer oben rum. Und einer oben rum. Und einer oben rum. So was wär halt einfach der Hammer für ne Montage. Ja, ich hab Bombe übrigens. Ja, ich hab Bombe. Das ist nice. Moment, ich versuch was. Ja. Wollte die A gehen. Okay. Und warum... Wer snipe jetzt hier? Warum? Der snipe. Ich hab's grad versucht, aber... Und der Random macht's immer noch. Ja, kassiert halt. Ja, und er ist wieder. Ich krieg direkt Headshot rein, ne? Das gibt's doch nicht. Ne, ne? Ich hab's die ganze Zeit. Ja, der hat nur noch irgendwie 40 HP oder so. Einer Mitte sind's da alle. Einer Mitte sind's da. Drei Mitte. Ja, die kommen da alle. Ja, mein Gott, man. Ja, mein Gott, man. Mit diesem scheiß Instant Head. Das ist natürlich ne Pose, wo man... Ja. Wo man sagen kann, leck mich. Wo man sagen kann, leck mich. Headshot-Zeuge hin. Wow. Unglaublich. Ne Aufkleberkapsel. Ey, der erste Aufkleber, den ich da draus gezogen hat, war einfach nur 3 Euro wert. Nope. Schau mal, die waren alle Silber 4. Weil die mich verarschen. Warum kriegen wir Silber 4 Gegner zugewiesen? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Und dafür, also, dafür war es erstmal nicht so schlecht, ne? Ja, akzeptabel. Ja, so scheiße. Sorry, Leute, ich war einfach nicht...